Dann habe ich sehr viele Stunden meines Tages dafür verwendet, meine komplette Wand in einem Schachbrettmuster abzukleben. Und dann habe ich sie ganz am Schluss noch kurz angemalt. Das ging dann wirklich schnell. Dann würde ich ja denken, das ist andersrum, aber nope. Mir ist auch wirklich keine bessere Lösung für dieses Abtapen eingefallen. Dafür konnte ich dann heute jedes Kästchen einzeln abholen. Ganz ehrlich, das hat richtig Spaß gemacht. Dafür hat es sich doch schon gelohnt.